hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge heute eine special folge ich pack mal die sachen zurück und zwar haben wir einen neuen tunnel fertig gestellt wie man vielleicht schon sieht in den letzten folgen und wir haben da wirklich lange daran gesessen seit zehn folgen oder ungefähr also über zehn folgen auf jeden fall und jetzt wird erstmal was gegessen hier zum anlass dieses tages und wir schauen uns natürlich den tunnel an die leute die letzten folgen nicht 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 zugeschaut haben oder so aus irgendwelchen gründen egal macht ja nix müsst ihr nicht schauen schauen wir uns den tunnel an dahinten ist ein creeper der interessiert uns mächtig und der tunnel ist ja für die leute wissen in diesem leer stehenden haus hier wir haben hier für besucher hier ein leer stehendes haushalt mit balkon und ein bisschen anders gehalten und wir gehen jetzt mal runter wir haben hier unten so einen kleinen vorgang ist man könnte als let's show nehmen hier haben wir den tunnel schon direkt da heißt albert und die relativitätstheorie tunnel der albert der albert gestorben waren hühnchen gleichen den erst vorgestorben 87 blöcke lang ist der tunnel spannweite hier haben wir links noch so einen kleineren tunnel zum nether portal für die leute die es nicht wissen ich werde fast wie eine show machen hier und wir befinden uns jetzt hier noch im vorraum aber wir ja ich werde jetzt zum ersten mal diesen fertigen tunnel der natürlich auch tropft dass wir haben ja hohes nützes halt das problem ich konnte das halt nicht anders machen weil er einfach unter dem wasserwenken links läuft oder fast durch das wasser so ein bisschen so ein bisschen durchs wasser und ich würde sagen ich betrete den tunnel das erste mal eigentlich müsste so eine rote schlaufe sein die ich jetzt hier auf mache und dann ich bin im tunnel jetzt fragt man davon und fühlt sich anders hast du beschlossen was zu ändern ja ich habe was beschlossen ich habe beschlossen was in meinem leben zu ändern hier wird es eine power rail hier werden jetzt schienen durchlaufen und da hinten halten und am anfang ist nun zu halten man kann natürlich ich glaube hier werde ich auch einen fußgängerweg machen dann wird hier in der mitte die schienen durchlaufen und dann keine ahnung jetzt sind wir hier schon in der mitte 43 blöcke sind wir jetzt schon gegangen das ist schon in den nächsten zwei sekunden das habe ich aber mit diamanten blöcken ja ausge ausgetan ja ausgekleidet wer mit schon die hälfte geschafft vom tunnel jetzt kommt die andere hälfte und hier auf der anderen seite möchten wir natürlich auch weiter bauen unseren unser kleines dörfchen hier weiter bauen aber durch diesen tunnel werden zwei welten hier in verbindung gesetzt und jetzt sind wir schon beim anderen ende wir können natürlich auch hochgehen kein problem wie es ist nacht jetzt hier gerade wir sind hier gerade wir mitten auf so einen kleinen hügel hier ganz unwahrscheinlich man kann den toll natürlich von draußen sehen und du bist auch dabei ja natürlich wird es auch stressen vielleicht zwei jahren zwei alter drei jetzt bitte kommen jetzt ist aber gut also man kann den tunnel von hier natürlich auch schon sehen die komische musik wie der gar so man sieht ihn tun natürlich auch von außen man sieht dass ich so ein bisschen durchs wasser geht aber dann natürlich wieder verschwindet ich finde die musik kleiner schritt für mich aber ein großer schritt für die für das minecraft leben hier da mein kabel block falsch gesetzt nicht schön ja gut da sieht man schon habe ich was übersehen macht aber hoffentlich nichts das ist jetzt der tunnel wenn er euch gefällt die trocken darf nach oben ich weiß das ist auch nicht was ich dazu sagen soll diese musik lässt mich einfach diese musik diese ich hör mal ganz kurz zu warte mal ich mach meine ganz kurz also zum zur eröffnung des tunnels passt die musik garantiert nicht okay gut so jetzt die musik auch eigentlich vorbei so ja das ist der tunnel also ich bin zehn folgen 15 folgen hat es gedauert wir haben sich fertig den albert und die relativitätstheorie tunnel 87 blöcke ich bin begeistert okay ich würde sagen ich lege mich mal zur nachtruhe hin und dann werde ich mal gucken ich werde mich jetzt schon wieder bald eine aufnahmepause machen aber wir können jetzt noch den rest den turm versuchen weiter zu bauen der turm muss nach und dann kommt noch dann kommt nichts mehr dann können wir eigentlich ein neues projekt anfangen neues gebäude bauen okay ja also tunnel fertig läuft da unten längs schön okay ich bin zufrieden also jetzt weiß ich auch nicht mehr was ich machen wollen alter das getreide ist wieder vollkommen fast folgen sag mal wie lang haben wir ihn gebraucht wie lang waren wir weg ja noch erst vor ein paar folgen hier gehört mal zu hühner heute ist ein guter anlass ne so hier kommt keine erstmal raus das getreide ist ja schon wieder fast fertig sag mal hat es geregnet oder wie oder irgendwie ist ja irgendwas schneller gelaufen oder wie jetzt kommt natürlich der turm jetzt bauen wir uns in die höhe langsam dafür brauchen wir kabel also wir haben auch wieder nicht zweieinhalb stacks nicht viel und natürlich brauchen wir ein stückchen erde hier nämlich mal hier aus dem boden so werfe ich da unten erstmal wieder hin machen wir das einfach so oh nein da muss man jetzt alter da muss man jetzt aufpassen so okay so das mit dem turm wird natürlich auch wieder ein langes projekt aber kein so schwieriges projekt wie der tunnel hier müssen wir einfach nur aufpassen wenn wir nicht sterben wir werden hier sterben sehr oft sogar das kann ich jetzt schon mal versichern jump and run das ist wie ein jump and run dafür soll er am ende schön aussehen dafür müssen wir jetzt hier so ein bisschen krüppelarbeit machen und fingerarbeit shit siehst du da hat es gelenkt und dann ist zwar nicht gesprungen dann geht das schon wieder ne ja also mit dem tunnel werden wir uns äh mit dem tunnel ich habe schon wieder vollkommen hier ne vergessen kann ich eigentlich von der leiter dann hier nicht hoch genug bin nein kann ich nicht ah mensch das mit dem tunnel äh tunnel warum sag ich tunnel das mit dem turm hier das kann auch ein bisschen schwierig werden und ich glaube nicht nur ein bisschen wenn wir da ganz oben hoch müssen und einmal runter fahren und dann sterben wir jetzt haben wir jetzt verlegen wir wahrscheinlich über die hälfte der leben schon und wir werden was riskieren müssen auf jeden fall so jetzt ah ich brauche was zu essen hier essen mhm 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 und dann haben wir natürlich wieder neue eier ausgetroppt bekommen wir bekommen jetzt richtig viele hühner hier die machen riesengroßen fortschritt du gehst da dann mal weg so eigentlich können wir mal kurz mit dem knochen mehr das getreide hoch wachsen lassen und dann und dann knochen da da können wir jetzt von mir aus ernten ernten dagegen habe ich nun wieder nichts so ernten ernten erst mal hier hoch wachsen lassen hier du kommst 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 Dann kann das hier alles wieder neu wachsen. Und der Rest kommt jetzt zu den Hühnern. Oh, guck mal, da wollen wir was. Da wollen die tatsächlich was haben. Wollt ihr was? Ihr wollt doch was, oder ihr wollt doch was? Ja. Oh, haha. So, ähm, du und du. Du und du. Du und du. Ist lustig. Alles relativ lustig hier anzusehen. Ja, und die Kleinen hier kriegen natürlich auch nochmal den Rest so. Ja. Und tschüss. Ja, 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 ja. Da mach ich nochmal Brote. Ja, 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 ja. Hallo, ja. So, Weizen hätten wir dann erstmal. Dann mach ich jetzt eine Aufnahmepause. Wir gebe mich wieder oben an meinen eigenen Platz und sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Für die nächste Aufnahmesession, die jetzt auch vorbei ist. Ich weiß, über welche Folge wir jetzt gelandet sind. 70. Oder so, keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.